Einen wunderschönen guten Morgen noch einmal vom herrlichen Attersee. Heute fangen wir wieder an mit einer Atemübung und dann gibt es eine Übung für die Förderung von eurer Zielstrebigkeit. Es ist sicher etwas Wichtiges, Ziele zu haben und sie zu befolgen. Und mit diesen dreiteiligen Übungen kann ich euch dabei unterstützen. Wir fangen wieder an mit unserer Atemübung. Und unser Herz für diesen Tag wieder zu öffnen. Gut einatmen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil. Breite Grätsche, Knie beugen und nach oben. Beine schließen, zurücksteigen und Arme schön zur Seite. Bleiben und dann Balance probieren, wie gut ihr da seid. Und dann noch einmal euer Herz öffnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesen Übungen und freue mich, wenn ihr an diesen wunderschönen Attersee kommt. Dankeschön.